Liebe Studierende von SE2, herzlich willkommen bei einer neuen aufregenden SU. Es geht weiterhin über dynamische Testentwurfsverfahren. Heute kümmern wir uns um den White Box Test. Das ist im Bereich Testen jetzt das dritte Video. Vorher gab es ein Video zur Einführung, gefolgt von einem zu Black Box Testen, auch dynamische Testentwurfsverfahren. Und wir haben jetzt noch ein Video nach diesem hier zu statischen Tests. Was machen wir heute? Wir kümmern uns um White Box Verfahren generell. Das heißt, wir müssen darüber reden, was sind White Box Verfahren. Haben Sie aber schon gesehen. Insofern, das können wir knapp halten. Und dann reden wir über Kontrollflussgraf, was es ist und was Kontrollflussgraf basierte Testentwurfsverfahren sind. Und wir reden über Überdeckungsmaße, sogenannte Coverage Criteria. Davon gucken wir uns dann vier verschiedene an. Das sind einmal die Anweisungsüberdeckung, die Entscheidungsüberdeckung, die Grenze Inneres Überdeckung und die Fahrtüberdeckung. Dazu gibt es eine Übung, die ich natürlich wie immer Ihnen nahelege, dass Sie die bearbeiten. Dazu finden Sie einen Übungszettel im Modell. Sie können sich mit der Musterlösung kontrollieren. Am Ende fasse ich das für üblich nochmal zusammen. Was sollen wir Sie für heute mitnehmen? Nun, folgende Lernziele, wie wir hier haben. Sie sollen einen Kontrollflussgraphen aus Quelltext erstellen können. Nachdem Sie wissen, was hier ein Kontrollflussgraph ist, zeige ich Ihnen, wie Sie den aus Quellen erstellen, aus beliebigen Programmen. Wir machen das an, ich glaube, Pseudocode, das GGT-Beispiel, größter gemeinsamer Teiler. Und dann sollen Sie selbst in der Lage sein, so einen Kontrollflussgraph zu erstellen. Sie sollen Testfälle entwickeln können zur Anweisungsüberdeckung, Entscheidungsüberdeckung, Grenze Inneres Überdeckung und Fahrtüberdeckung. Außerdem sollen Sie mir erklären können, was Überdeckungsmaße sind. So, das ist, glaube ich, übersichtlich. Also, es gibt diese Kontrollflussgraph-Geschichte, dann gibt es diese vier verschiedenen Überdeckungskriterien, und Sie müssen eben wissen, was ist denn so ein Coverage-Kriterium, was ist denn so ein Überdeckungskriterium. Wie schon beim letzten Mal angesprochen, das Material, was ich verwende, basiert inhaltlich auf die Folien zum Certified Tester vom ISTQB. Ich habe nicht direkt Folien übernommen, sondern eigene, aber wenn Sie sich dafür interessieren, rate ich Ihnen, gucken Sie sich mal an bei German Testing Board die Ausbildung zum Certified Tester und eben die Materialien, insbesondere das Spillender-Lins-Grundlagensoftware-Test, dieses Buch. Fangen wir an mit dem Abschnitt über Kontrollflussbasierte Verfahren. Kontrollflussbasierte Verfahren sind Whitebox-Testverfahren, dynamische Whitebox-Testverfahren. Und Sie erinnern sich, Whitebox-Testverfahren, da geht es darum, dass Sie den Quellcode kennen. Während letztes Mal haben wir Blackbox-Testverfahren gemacht, da haben Sie Äquivalenzklassen gebildet aufgrund von Spezifikationsinformationen. Das heißt, Informationen, die Sie aus einem Dokument entnehmen oder aus der Signatur der Methode beispielsweise, Wertebereiche zum Beispiel. Das ist hier jetzt anders. Wir können in den Code reingucken, wir können sehen, wo im Quelltext gibt es Möglichkeiten, die wir mit dem Testen beeinflussen können. Und darauf basieren Whitebox-Tests. Und wir gucken uns, wie gesagt, den sogenannten Kontrollflussbasierten Texttest an. Der beruht darauf, dass Sie versuchen, alle Alternativen von Programmleuchtdurchläufen durch Ihren Code abzudecken oder zu modellieren. Stellen Sie sich ein ganz einfaches Beispiel vor, ein Programm, wo eine IF-Anweisung integriert ist, also eine Fallunterscheidung. Das heißt, Sie können einmal den Weg gehen, wo die Fallunterscheidung positiv ausfällt, also die boolsche Bedingung in der IF-Bedingung ist TO, und einmal entgegensetzen den ELSE-Zweig, wenn das halt false ist, wenn das nicht wahr ist. Und dadurch haben Sie zwei Pfade in Ihrem Programm und beide Pfade können Sie einzeln testen. Das ist so die grundlegende Idee. Sie versuchen darauf zu kommen, welche Pfade kann ich durch mein Programm nehmen. Und wie Sie vielleicht sehen werden hinterher, ist es durchaus komplexer, als man jetzt erstmal annimmt. Denn wir haben zum Beispiel so Konstrukte wie Schleifen, wo man sich überlegen muss, was ist denn das jetzt mit den Pfaden? Was passiert denn da? Also, Kontrollflussbasierte Tests basieren auf der Modellierung verschiedener Alternativen bei Programmdurchläufen. Es gibt auch den Datenflussbasierten Test, darüber kümmern wir uns nicht, also ich erwähne den hier nur, das ist auch ein Whitebox-Testverfahren, aber wir werden das nicht üben. Datenflussbasierter Test, da versuchen Sie herauszukriegen, wie werden Daten verwendet. Wann werden Daten geschrieben, also Variablen beispielsweise, wann werden sie gelesen, gibt es da Widersprüche? Beispielsweise, wenn ein Datum, eine Variable gelesen wird, bevor sie das erste Mal geschrieben wird. Dann können Sie da schon sagen, uh, das ist aber schon mal ein Problem. Und dadurch, dass man sich sozusagen anguckt, wie wandern diese Daten durch den Quelltext, kann man auch Testfälle entwickeln, indem man versucht, alle diese möglichen Verwendungen eben abzudecken. Wie gesagt, gucken wir uns nicht an, aber das ist der zweite große Bereich. Es gibt einen dritten und der beschäftigt sich mit dem Testen von Bedingungen. Sie gucken also überall in Ihrem Code, wo gibt es boolsche Ausdrücke? Und mit diesen boolschen Ausdrücken stellen Sie Wahrheitstabellen auf, zum Beispiel, und versuchen abzudecken, haben Sie alle Möglichkeiten, die diese Ausdrücke annehmen können. Letztendlich sind sie True und False, aber es gibt ja verschiedene Belegungen. Oft haben Sie und oder oder Verknüpfungen. Also boolsche Ausdrücke und die können Sie eben testen. Das sind die drei großen Bereiche, worum es bei Whitebox-Testverfahren geht oder Testentwurfsverfahren, muss man ja korrekterweise sagen, weil es geht ja um Strategien, um Testfälle selber zu entwerfen. Das heißt, Sie möchten irgendeine Vorgehensweise, bei der hinterher fünf Testfälle rausfallen. Ja, ähnlich wie wir es bei Äquivalenzklassen schon gesehen haben, wo Sie diese Tabelle aufgestellt haben. Am Ende hatten Sie sieben Testfälle rausgekriegt. Die können Sie abarbeiten. Dann haben Sie nach Äquivalenzklassenbildung eben diese größte gemeinsame Teilerbeispiele getestet. Oder eben das, was Sie auf dem Arbeitsplatz haben. Gut, wir kümmern uns jetzt nur um den Kontrollflussbasierten Test. Dazu müssen wir kurz mal überlegen, was Kontrollfluss ist. Ist Ihnen, glaube ich, relativ klar für mich, also für technische Informatiker, sagen wir mal, ist es irgendwie der Instruction Pointer, der sich da durch die Gegend bewegt? Also es ist, ein bisschen formaler gesagt, die Repräsentation aller möglichen Reihenfolgen von Ereignissen während der Laufzeit eines Programms. Das entspricht der Abfolge der zur Laufzeit ausgeführten Anweisungen. Das ist natürlich nicht gleich der Reihenfolge der Anweisungen im Programmtext. Natürlich, wenn Sie irgendwo einspringen, laufen Sie an diesen Anweisungen runter, aber es gibt Anweisungen, die wieder nach oben gehen. Schleifen beispielsweise. Brutalstes Beispiel GoTo. Also es gibt Anweisungen, die springen sozusagen. Und es gibt diese Fallunterscheidung, wo ganze Blöcke, Scopes übersprungen werden und etwas anderes gemacht wird. Das heißt, der Kontrollfluss folgt natürlich grob der Sequenz, die durch das Programm vorgegeben ist, aber er kann variieren. Letztendlich ist der Kontrollfluss durch die sogenannten steuernden Anweisungen definiert. Das sind nur eine Handfall. Unbedingte Sprünge, GoToLabel, das können Sie in C++ machen, bedingte Verzweigung, das wäre dann If, Else, beziehungsweise Switch, als so ein Multiplexer, eine Möglichkeit an viele verschiedene Stellen zu verzweigen und Schleifen. Do, while, for Schleifen, while Schleifen, was Sie haben, for each Schleifen, alle Formen von Schleifen sind ebenfalls steuernde Anweisungen, weil Sie eine Bool'sche Bedingung abtesten und so oft diesen Schleifenkörper durchführen, wie diese Bool'sche Bedingung im Allgemeinen wahr ist. Apropos wahr, es ist eben dieser Wahrheitswert, der, dieser Bedingung, der den Kontrollfluss steuert, ja, beispielsweise entscheidet der eben, ob Sie den If-Teil gehen oder in den Else-Teil gehen bei einer Fallunterscheidung. Schleifen werden etwas komplizierter, weil Sie diesen Rücksprung drin haben und weil Sie mehrfach ausführen können oder sogar, dass der Schleifenkörper komplett übersprungen wird. Wenn die Bedingung am Anfang nicht true ist, wird der gesamte Schleifenkörper übersprungen. Was ist jetzt ein Kontrollfluss-Graf? Also Sie haben jetzt eine Vorstellung Kontrollfluss, da geht es um diese Alternativen im Programmablauf. Naja, es ist ein gerichteter Graph, ein Graph besteht aus Knoten und Kanten, es gibt Knoten, die sind verbunden über Kanten, Edges und Nodes im Englischen und ein gerichteter Graph, da haben die Kanten eine Richtung. Man kann also nicht in beide Richtungen über diese Kante gehen, sondern nur in eine Richtung. Eben in der Richtung, die da vorgegeben ist. Normalerweise durch so einen Pfeil gemacht. Ähm, in unserem Fall, wenn wir einen Graphen benutzen, um einen Kontrollfluss darzustellen, dann sind die Knoten die Anweisungen des Programms. Stellen Sie sich vor, die Anweisungen des Programms stehen nicht mehr in so einem Textteil drin, sondern in Knoten von einem Graphen. Und Sie können die auch zusammenfassen, nämlich immer unter dem Fall, dass, wenn Sie die erste Anweisung von einem Block ausführen, auch alle anderen unbedingt erfolgen. Das heißt, wenn da zehn Anweisungen hintereinander stehen, wo es keine Fallunterscheidung gibt, können Sie die zusammenfassen zu einem Knoten, weil die immer alle zusammen ausgeführt werden. Es gibt ja keine Möglichkeit, da Fallunterscheidungen zu machen. Das ist diese Zusammenfassung. Das heißt, Knoten beschriften Sie schlichtweg mit den Zeilennummern in Ihrem Programm. Da steht da mal 1 oder 1 bis 3 oder so etwas. Das sind eben diese Knoten, diese Anweisungen, eine oder mehrere, die in einem Knoten stehen. Was Sie nicht machen dürfen, ist Anweisungen mit Fallunterscheidung in einem Knoten zusammenfassen. Das sind garantiert zwei oder mehr Knoten. Wir machen gleich jede Menge Beispiele. Kanten sind jetzt die möglichen Alternativen, die Sie geben können. Also beispielsweise ein If-Statement, da es wäre ein Knoten mit zwei ausgehenden Kanten, weil Sie auf zwei verschiedenen Wegen den Knoten verlassen können. Diese Anweisungen können auf zwei verschiedene Arten weitergehen. Nämlich im Body, also im Körper der Fallunterscheidung, oder in diesem Else, in diesem anderen Zweig. Diese zwei Möglichkeiten sind da. Das heißt, immer wenn Sie einen Knoten haben, wo es mehr als eine ausgehende Kante gibt, haben Sie eine Verzweigung im Kontrollfluss. Das sagt der Graph aus. Das ist dann eine Kontrollflusssteuerung. Und welchen Zweig Sie zur Laufzeit lang gehen, das klärt die If-Anweisung. Oder die Bool'sche Bedingung, die Sie an dieser Stelle haben. Geht auch mit Schleifen und so. Also Fallunterscheidung und Schleifen haben immer zwei ausgehende Kanten. If, Else oder Schleifen-Body betreten oder Schleife terminieren. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und ein Switch hat so viele abgehende Kanten, wie sie Case-Statements oder Default-Statements haben. Ist klar, wenn ich zehn Cases habe, sind das zehn verschiedene Möglichkeiten, wo diese Anweisung, der Knoten sozusagen verlassen werden kann. Irgendwo anders. Okay. Jetzt gibt es eine Regel. Diese Regel heißt, ein Kontrollflussgraf. Also wenn Sie diese Anweisung zusammenfassen, die verbinden über diese Alternativen. Das ist relativ klar, wenn wir gleich ein Beispiel machen. Dieser Graph hat genau einen Startknoten und genau einen Endknoten, die auch immer ausgeführt werden. Die werden immer betreten sozusagen. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo Sie in eine Methode reinspringen oder eine Funktion. Und einen Punkt, wo Sie wieder rauskommen mit Return. Selbst wenn Sie mehrere Return-Anweisungen hätten in Ihrem Quelltext, springen die alle erst mal zu einem Knoten und von da aus geht es raus. Die Idee ist eben, der Rücksprung ist nur durch einen Knoten dargestellt und der Einsprung ist die Methode. Die Methode ist auch nur ein Knoten. Diese markieren Sie immer, damit ich weiß, wo fängt bei Ihnen der Kontrollflussgraf an und wo hört er auf. Das gibt Ihnen Punktabzug in der Klausur, wenn Sie mir das nicht markieren. Schreiben Sie Start und End daneben oder denken Sie sich irgendeine Notation aus, die verständlich ist. Das ist an der Stelle wichtig. Ein Start, ein End. Ein Beispiel. Dies ist ein Beispiel für einen Kontrollflussgraf. Auf der rechten Seite sehen Sie den Kontrollflussgraf. Von dem Quelltext auf der linken Seite. Es wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass als Beispiel der größte gemeinsame Teiler zweier ganzer Zahlen m und n herhalten muss. Das heißt, prinzipiell, die Signatur ist geringfügig anders. Der Rückgabewert ist int, wie Sie in Zeile 1 sehen, während wir unsigned int beim letzten Mal haben. Das stört uns, glaube ich, an dieser Stelle nicht. Denn es geht ja jetzt nicht um den Wertebereich des Rückgabewerts, sondern um den Code, den Sie plötzlich sehen zu dieser Methode. Wie implementiert man also einen größten gemeinsamen Teiler? Interessiert uns gar nicht im Detail. Was uns interessiert eigentlich ist, dass wir so ein paar Fallunterscheidungen haben. Wir haben hier ein If. Das wird uns interessieren. Und wir haben hier eine Waldschleife. Auch die wird uns interessieren. Nebenbei haben wir prinzipiell einfach arithmetische Anweisungen. Wir haben Modulo. Wir haben Zuweisungen. Wir haben nur Modulo. Und Nähe und Überprüfung auf größer und ungleich. Eigentlich sehr interessant. Kommt mit relativ wenig Handwerkszeug aus. Gut. Diese Sache auf der rechten Seite. Ja, es ist ein gerichteter Graph. Das können Sie erkennen. Knoten sind die Kreise. Kanten sind die Pfeile. Gerichtet. Sie haben eine Richtung. Sie haben eine Pfeilspitze. Es gibt ein Startknoten. Das ist der da. Es gibt einen Endknoten. Zeige ich später. Und Sie sehen jetzt, dass wir eine sequenzielle Abfolge von, prinzipiell, sequenzielle Abfolge von diesen Anweisungen haben. Sie können auch schon das If erkennen. Das ist nämlich die Entscheidung. Und sehen Sie, da steht 2,3. Das heißt, so viel wie Zeile 2 und 3 werden immer gleich ausgegeben. Das kann ich zusammenziehen. Wenn ich zum If komme, muss ich auch vorher R definiert haben. Ja, nee, deklariert haben. Es gibt auch keinen Wert. Also, 2 und 3 werden zusammengefasst. Weil sie immer zusammen. Es gibt keine Möglichkeit, nur 3 auszuführen ohne 2. Ich habe das jetzt mit Komma gemacht. Sie sehen gleich, im nächsten Knoten steht da 4 bis 7. Das ist dieser Block hier innen. Das ist die Zeile 4 bis 7. Ich sage später noch was zu den geschweiften Klammern, wo die zugezählt werden. Das heißt, ist irgendwie logisch, dieser Knoten steht für die Anweisung im Körper der Entscheidung. Und dann sehen Sie das entsprechend. Von diesem Knoten 2,3 kann ich zu diesem Knoten 4,7 gehen. Das ist sozusagen, wenn die Entscheidung positiv ist. Das heißt, wenn n größer m ist, wie in Zeile 3 sichtbar, gehe ich in den schleifen Körper. Ansonsten gehe ich diesen Weg hier und befinde mich in Zeile 8. Sehen Sie hier auch eben die nächste Anweisung nach dem schleifen Körper. Ansonsten, falls ich durch den schleifen Körper durchgehe, komme ich ebenfalls von Zeile 4,7 auf die Zeile 8. Weil schlichtweg, ich gehe dann einfach weiter raus. Das ist, glaube ich, hoffe ich, klar. Also diese ausgehenden Kanten im Fall von diesem 2,3 Knoten, eben zwei Stück, weil eine If-Anweisung, einmal Buddy betreten, einmal Buddy nicht betreten, steuern sozusagen den Kontrollfluss. Und der Kontrollflussgraf zeigt mir alle Möglichkeiten, wie Sie durch Ihren Quelltext stiefeln können. Wie kann das Programm durch Ihren Quelltext ablaufen, sozusagen? Das sind alle Möglichkeiten in diesem Graphen. Ein konkreter Ablauf ist nur ein Pfad durch diesen Graphen. Das werden wir hinterher noch kriegen. Also ein Aufruf der Methode wird nicht immer durch alle diese Möglichkeiten des Graphens gehen, sondern es ist ein Weg, der durch diesen Graphen führt, ist ein spezieller Aufruf der Methode. In Abhängigkeit natürlich von den übergebenen Werten für m und n, die Parameter. Die legen fest, wie durch diesen Graphen gegangen wird. Okay, also Sie sehen schon, die Struktur des Programms, die ist in diesem Graphen kodiert. Die findet sich in diesem Graphen wieder. Und tatsächlich nur die Struktur, andere Sachen fallen unter den Tisch. Und zwar diese Entscheidung. Das ist das Wesentliche. Wenn da mal, zum Beispiel hätten Sie Knoten 2 und 3 nicht zusammengefasst, wäre das nicht schlimm. Dann würde da stehen, es gibt einen Knoten 1, es gibt einen Knoten 2 und einen Knoten 3 und der 3 hat wieder diese beiden ausgehenden Kanten. 1 geht auf 2, 2 geht auf 3. Das wäre einfach nur so eine Kette. Das wäre nur so ein bisschen mehr. Es ändert nichts an der Struktur. Man kann ja diese Ketten von einzelnen Knoten, die nur eine ausgehende und eingehende Kante haben, kann man zusammenfassen. Gut. Also Struktur, was haben wir noch in der Struktur? Naja, Zeile 9. Die Schleife in Zeile 9, die ist dann tatsächlich hier. Das ist ein etwas schwieriges Konstrukt. Und weil wir haben, da geht irgendwie eine Menge. Was passiert denn da? Also, wir haben zwei ausgehende Kanten. Da haben wir einmal das betretene Schleifenkörpers. Zeile 10 bis 13. Ich ziehe jetzt die schließende Klammer mit rein. Das ist dieser Fall. Das ist also von Zeile 9, die die Schleifenbedingung enthält, können wir entweder reingehen in den Schleifenkörper oder wir können alternativ zu Zeile 14 gehen. Das heißt, diesen Weg wählen. Und das heißt natürlich, diese Bedingung, die ist nicht true gewesen. Also zum Beispiel R ist 0, dann würde Zeile 9 gar nicht erst in den Schleifenkörper reingehen, sondern würde direkt zu Zeile 14 springen, überspringt den Schleifenkörper. Das ist der Fall, den ich jetzt gerade gezeichnet habe. Wenn Sie in den Buddy reingehen, dann springen Sie danach immer, das müssen Sie sich merken, Sie springen nicht einfach raus, nein. Sie springen immer auf die Auswertung der Bedingung zurück. Ein Durchschlauch der Schleifen ist erfolgt, dann macht der Code intern immer, geht zur Bedingung zurück, guckt, ist die Bedingung noch gültig? Na, dann muss ich das nächste Mal rein. Ist die Bedingung noch gültig? Ja klar, dann gehe ich nochmal rein und so weiter. Das ist ja die Natur von Schleifen. Das heißt, es gibt jetzt hier immer wieder einen Rücksprung auf 9. Also von 10 bis 13, wenn ich im Buddy gewesen bin, gehe ich auf 9 zurück und dann erst kann ich rausspringen. Was Sie nicht können, ist von 10 bis 13 direkt nach 14 springen. Das geht einfach nicht, weil Sie immer, immer Schleifen terminieren, immer erst durch das Auswerten der Bedingungen und die steht nun mal in Zeile 9. Gut, dann sind wir irgendwann, terminiert die Schleife. Also man kann sozusagen hier, hier können Sie rumrennen, bis Sie schwarz werden. Also eine Endlosschleife würde nur in diesem Teil des Graphen sich ständig bewegen. Das ist klar, das kann oft, oft wiederholt werden, diese Schleife, Schleife eben. Okay, irgendwann sind wir hoffentlich, terminiert das Ganze und wir kommen bei 14 an. 14 ist das Return Statement und dann gehe ich, ich habe das hier 15 genannt, die schließende Klammer, diese Endknoten. Ich gehe jetzt zum Endknoten und erinnern Sie sich, was ich gesagt habe? Es gibt ein Startknoten, ein Endknoten. Egal was Sie machen, es könnte wie gesagt ja mehrere Return Statements geben. Sie haben immer einen Knoten, bei dem das Ganze endet. Und ich habe das hier einfach mal mit meiner persönlichen Notation irgendwie gezeichnet. Nämlich ich habe Startknoten gestrichelt und Endknoten mit einer Doppellinie versehen. Das hat nichts mit UML zu tun, das hat eh nichts mit UML zu tun. Das ist nur wie ich Sachen zeichne. Sie können da genauso normal einen Kreis machen und Start daneben schreiben oder irgendwas. Sie müssen mir zumindest markieren, hier geht es los und hier hört es auf. Und die Syntax, die Notation, wie Sie das markieren, schreibe ich Ihnen nicht vor. Gut. Ich hoffe, Sie können es nachvollziehen. Wenn es jetzt nicht klar ist, spulen Sie vielleicht nochmal 10 Minuten zurück. Ergeben Sie sich das nochmal. Ansonsten machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar mit einem kleinen Hinweis. Und der Hinweis heißt, wie gehe ich mit diesen geschweiften Klammern um. Also die Idee ist ja, jede Zeilennummer sollte irgendwo in einem Knoten auftauchen. Das heißt, selbst Leerzeilen und schließende Klammern müssen Sie zuordnen. Das heißt, das, was Sie im Kontrollflussgrafen in die Knoten reinschreiben, diese Zahlen, da will ich keine Lücken sehen. Ich will nicht, dass plötzlich mal die Zeile 3 oder die Zeile 4 jetzt fehlt, sondern irgendwo muss die unterkommen. Jede Zeile muss zugeordnet sein. Wie Sie das zuordnen, ist mir egal. Aber ich würde Sie darum bitten, dass Sie es konsistent machen. Also immer gleich. Ich beispielsweise habe die schließende Klammer in Zeile 7. Hier habe ich dem Knoten 4 bis 7 zugeordnet. Sie könnten das auch irgendwem anders zuordnen. Mir egal. Hauptsache, es taucht dort auf. Also es könnte zum Beispiel der 8 zugeordnet sein. Fände ich ein bisschen strange so. Aber können Sie machen. Bloß bitte nicht weglassen. Richtig wichtig ist es allerdings nicht, weil sich die Struktur des Graphen ändert sich ja an der Stelle nicht. Es wird immer noch, die Struktur ist immer noch vorgegeben durch diese Fallunterscheidung, durch diese Schleifen. Und solange Sie die haben, haben Sie den richtigen Graphen. Der wird teilweise nur ein bisschen komplexer, je nachdem, wie Sie zusammenfassen, hat mehr von diesen einzelnen Knoten. Oder wie gesagt, die Nummern unterscheiden sich dann so ein bisschen, die da drin stehen. Aber grundsätzlich sollte das schon von der Struktur her immer dasselbe sein, wenn ich Ihnen sozusagen einen Quelltext vorlege. Sollten alle von Ihnen zum gleichen Ergebnis kommen. Also nochmal die eindringliche Bitte. Vergessen Sie keine Zeilen. Jede Zeile muss irgendwo in einem Knoten auftauchen. Aber Sie können Leerzeilen und Klammern und so letztendlich zusammenfassen, wie Sie möchten, wie es Ihnen am besten passt. Das nächste, was ich gerne besprechen würde, sind Überdeckungsmaße, sogenannte Coverage Criteria, so heißen die Nummern auf Englisch. Die sind eine Aussage, also erstmal ein Kriterium der Qualitätssicherung, ein Qualitätskriterium. Die Aussage ist, wie viel Prozent vom Quellcode haben Sie mit der Maßnahme, die Sie gerade gemacht haben, eigentlich, wie viel sind davon betroffen? Wie viel, man nennt das, sind überdeckt. Ja, also, wie viel von dem Quellcode gucken Sie sich denn jetzt eigentlich an, zu dem, was Sie eigentlich könnten? Wie viel Prozent? Ja, 100 Prozent heißt, mache ich alles, was geht? Und 0 Prozent heißt, mache ich nichts, was geht? Also, das können Sie, dieses Überdeckungsmaß ist sehr simpel. Das ist hier diese Formel. Sie sagen sozusagen im oberen Teil, wie viel habe ich getestet und im unteren Teil, also Sie teilen das durch die Anzahl dessen, was überhaupt möglich ist, nehmen es mal 100 Prozent und dann kriegen Sie einen Prozentwert, der Ihnen das Überdeckungsmaß angibt. Jetzt denken Sie vielleicht, naja, ist doch klar, ich teste alles, was da ist. Wieso sollte ich denn weniger testen? Und denken Sie an meine Worte? Sie können oft nicht alles testen, was da ist. Werden wir hinterher bei der Fahrtüberdeckung noch sehen. Dieses Überdeckungsmaß, das ist völlig universell. Das können Sie verwenden, zum Beispiel für Blackbox-Tests. Erinnern Sie sich an die Äquivalenzklassen? Kurz mal nachdenken. Okay. Nee, ist ein bisschen, ist tatsächlich ein bisschen ungenau hier geschrieben, weil worauf ich mich nicht beziehe, sind die, es sind eigentlich nicht die Äquivalenzklassen, sondern dieses RK, was hier steht. Da geht es eigentlich um Testfälle für Äquivalenzklassen, ja. Und das RK-Gesamt sind die Testfälle, die ich überhaupt machen kann. Sprich, die, ja, letztendlich die abstrakten Testfälle. Wie viele abstrakte Testfälle kann ich denn überhaupt implementieren? Nee, sind denn überhaupt da? Das sind alle, die ich sozusagen entworfen habe mit meinem Verfahren. Das sind zum Beispiel 18. Beim letzten Mal waren sieben. Also bei der letzten SU war das Beispiel sieben. Und dann gucke ich, wie viele davon kann ich denn überhaupt testen? Und erinnern Sie sich, beim letzten Mal war es so, einige Sachen kann ich ja gar nicht implementieren. Mein Compiler wird vielleicht streiken, wenn ich ihm min-1 oder min-1 gebe. Eventuell kann ich was nicht hinschreiben und dann können Sie diesen Testfälle nicht testen. Das heißt, die Überdeckung fehlt Ihnen. Das heißt, RK getestet, die Anzahl der Tests der Äquivalenzklasse, die ich wirklich durchführen konnte, die steht da. Und nehmen wir mal an, Sie können nur 15 Stück wirklich durchführen, implementieren und durchführen. Aber 18 Stück wirft Ihnen Ihr Testentwurfsverfahren raus. Die haben Sie sozusagen abgeleitet und gesagt, diese 18 Stück müsste ich jetzt machen. Dann wäre die Überdeckung eben 15 geteilt durch 18 mal 100 Prozent. Und das sind 83,3 Periode. Das heißt, das ist Ihre Überdeckung. Ihre Überdeckung sind etwa 83 Prozent. Weil Sie drei Stück eben nicht machen konnten, weil Sie sie nicht implementieren konnten. Und Überdeckung, wie gesagt, ist ein universelles Maß. Das heißt, Sie können zum Beispiel davon reden, wie viel von meinen Anweisungen habe ich überdeckt? Wie viel konnte ich überhaupt testen? Und das ist nun genanntes Code Coverage. Haben Sie vielleicht schon mal gehört als Wort. Das ist die Frage, wie viele von meinen Quelltextzeilen sind überdeckt worden durch meine Testfälle. Und wir werden vier verschiedene Maße jetzt, die sind also normal, die sind bekannt sozusagen, vier verschiedene Maße besprechen oder Metriken für Überdeckung, die so beim Testen benutzt werden. Sie müssen halt wissen, okay, Überdeckung wird berechnet, indem das, was ich testen kann, durch das, was theoretisch testbar ist, die Gesamtmenge, und dann das als Prozentzahl. Das ist sozusagen Ihre Aussage, Ihr Kriterium. Das wird immer gleich berechnet, bloß es unterscheidet sich, was sozusagen für zur Coverage herangezogen wird. Machen wir weiter bei den ersten von diesen Kriterien. Das sind vier Kriterien. Nämlich Anweisungsüberdeckung. Das Kriterium der Anweisungsüberdeckung. Alle diese vier Kriterien basieren auf dem Kontrollfluss. Kontrollflussgraf, muss man genauer sagen. Die Anweisungsüberdeckung sagt folgendes. Alle Anweisungen müssen mindestens einmal ausgeführt werden in ihren Testfällen. Was heißt das jetzt? Wenn ich den Kontrollflussgraf mir vornehme, na, was sind die Anweisungen? Die Anweisungen stehen in den Knoten. Das heißt, sie müssen so viele Testfälle entwickeln, dass sie alle Knoten im Graphen mindestens einmal betreten haben. Sie müssen die alle durchlaufen. Das heißt nicht, wie oft sie durchlaufen werden. Das sagt darüber nichts aus. Und es sagt auch nichts, dass sie alle Entscheidungen durchlaufen müssen, alle Alternativen. Sie müssen nicht an allen Pfeilen langgehen. Sie müssen nur dafür sorgen, dass sie sozusagen, ich stelle mir das immer noch als kleine Halmerfigur vor, die von Kästchen zu Kästchen hüpft. Und sie müssen einmal auf jedes Kästchen ihre Halmerfigur gesetzt haben. Das ist die Idee. Und das können sie, müssen sie nicht in einem Durchlauf machen. Das können sie auch oft nicht in einem Durchlauf machen. Zwei Return Statements. Da müssen sie einmal über einen Weg Return 1 rausgehen und einmal über den Weg Return 2. Das heißt, sie brauchen mindestens zwei Testcases, weil sie können nicht returnen und dann in der gleichen Funktion von vorne anfangen. Na, das funktioniert ja nicht. Also, sie können so viele Testfälle nehmen, so viele Durchläufe, wie sie wollen. Sie müssen dann bloß, wenn sie die vollständige Anweisungsüberdeckung haben wollen, alle Anweisungsknoten einmal betreten haben. Und dann ist es so, dass das Überdeckungskriterium, hier unten, das Überdeckungskriterium für die Anweisungsüberdeckung, 100%ige Anweisungsüberdeckung, wäre, wenn alle Anweisungen, die sie haben, denen entsprechen, die sie durchlaufen haben. Also, sie müssen gucken, wie viel konnte ich durchlaufen, wie viel habe ich. Also, ehrlich gesagt, eine Anweisungsüberdeckung unter 100% kriegt man eigentlich nur bei nicht erreichbarem Code. Das können sie ja machen, sie können ja Code irgendwo hinschreiben, der nie angesprungen werden kann. Das geht, zum Beispiel ein Else-Zweig von einer Fallunterscheidung, wo die Bedingung, also wenn sie sagen, if true, dann geben sie irgendeinen Buddy und dann sagen sie Else. Dann ist klar, dass die Bedingung true kann niemals false sein. Ist logisch. Das ist einfach das direkte Literal, wie soll das falsch werden? Das heißt, sie haben in dem Else-Zweig-Code, der niemals angesprungen werden kann. Und den können sie natürlich nicht testen. Das heißt, da hätten sie eine Anweisungsüberdeckung kleiner 100%, weil die Gesamtanzahl wäre ja theoretisch, müssten sie da reingehen. Wenn sie einen Kontrollflussgrafen haben, hätten sie dann Knoten, wo sie hinspringen müssen. Ja, aber kriegen sie praktisch ja gar nicht hin, weil sie überhaupt nicht dieses True zu einem False irgendwie ummodeln können. Gut. Also, Anweisungen, die sie normalerweise durchlaufen können, stehen oben, dann teilen sie es durch die Gesamtanweisung mal 100, gibt ihre Anweisungsüberdeckung. Die ist üblicherweise vollständig machbar beim Testen. Also, Beispiel. Hier auf der linken Seite sehen Sie wieder den Kontrollflussgrafen. Da habe ich in schwarz das gezeichnet, was betreten wird, und in rot das, was wir gar nicht betreten. Und Sie sehen schon, das ist vollständige Anweisungsüberdeckung, das ich Ihnen hier zeige. Und Sie sehen schon, da ist eine Kante, wird ausgelassen. Das macht nichts. Weil Anweisungsüberdeckung sagt nur, du musst alle Anweisungen ablaufen. Sagt nicht, du musst alle Entscheidungen ablaufen. Das heißt, wir müssen die Kanten nicht machen. Okay. Jetzt schreibe ich hier unten sowas hin. Das ist für mich ein Pfad durch den Graphen. Also, gehen wir mal los. Wenn ich zuerst 1 mache, dann 2 bis 3, dann gebe ich zu 4, 7. Das heißt, ich gehe hier rein. Dann gehe ich zu 8, gehe zu 9, gehe zu 10, 13. Wo gehe ich dann hin? Ich gehe dann wieder zurück zu 9. Dann gehe ich zu 14 und dann gehe ich zu 15. Das ist quasi der Pfad, der in dieser Sequenz, die Sie da unten sehen, kodiert ist. Das ist eine Möglichkeit, durch den Graphen durchzulaufen. Wie gesagt, wie Sie gesehen haben, die Kante von 2, 3 zu 8, das heißt, das Überspringen des If-Buddies, das wird nicht gemacht. Ist uns aber egal, weil wir haben vollständige Anweisungsüberdeckung, weil wir durch alle Knoten des Graphen durchgegangen sind. Das reicht also, dass diese Sequenz ist in diesem Fall ein abstrakter Testfall. Eine Idee, wie man testet. Es ist ein Durchlauf durch die Struktur Ihres Programmes. Dieser eine Durchlauf hat aber tatsächlich alle Anweisungen mitgenommen, die in dieser Funktion definiert waren. Hurra! Okay. Vollständige Anweisungsüberdeckung mit einem Testfall. Hervorragend. Kleines Fazit dazu. Grundsätzlich, haben Sie ja schon gemerkt, es geht sehr einfach. Es ist ein eher schwaches Kriterium. Also das verwenden Sie nicht alleine. Da kommen noch weitere Überdeckungskriterien dazu, wenn Sie professionell testen. Es ist völlig egal, ob es eine Kante gibt, die zwei Knoten überbrückt, denn die fallen eh weg, weil es geht nur um die Einweisung. Und fehlende Anweisungen werden nicht erkannt. Auch Dead Code werden nicht erkannt. Insofern ein eher schwaches Kriterium. So, jetzt denken Sie sich schon, was ist denn, wenn wir alle Kanten nehmen, statt aller Knoten? Willkommen zum Abschnitt Entscheidungsüberdeckung. Was mag das wohl sein? Man entwirft die Testfälle im Hinblick auf Entscheidungsausgänge. Die Entscheidungen sind wo? Die sind in den Kanten des Graphen codiert. Das heißt, alle Entscheidungen, die irgendwie variieren, wie ich in dem Graphen weitergehe. Das heißt für uns, wir wollen alle Kanten durchlaufen. Am Beispiel GGT merken Sie schon, da haben wir letztes Mal eine Kante nicht betrachtet und wir hatten trotzdem vollständige Anweisungsüberdeckung. Das wird jetzt wohl komplizierter, weil wir müssen diese zweite Kante noch mitnehmen. Es spielt wiederum keine Rolle, wie oft die Kanten durchlaufen. Sie können die tausendmal durchlaufen, ist völlig egal. Was am Ende zählt ist, dass jede Kante mindestens einmal beschritten wurde. Und die Entscheidungsüberdeckung an dieser Stelle, wieder hier unten, kennen Sie, ist das, was Sie überhaupt gehen können. Wie viele Kanten können Sie sozusagen testen und was ist die Gesamtanzahl der Kanten? Das ist Ihre Entscheidungsüberdeckung, die Sie haben. Im Gegensatz zur Anweisungsüberdeckung wird das für die Knoten gehalten. Naheliegend und ich glaube auch das Beispiel jetzt naheliegend für Sie. Also das Beispiel Entscheidungsüberdeckung. Ich habe hier mal die Entscheidung markiert. An diesen Stellen gibt es diese ausgehenden Kanten, die uns interessieren. Natürlich brauchen Sie jetzt mehr als einen Testfall, mehr als einen Pfad durch Ihren Kontrollfluss. Wer mitgedacht hat, der erkennt das sofort, denn letztes Mal sind wir beim If. Man kommt bei diesem If in Zeile 3 ja nur einmal vorbei pro Aufruf. Am Anfang. Und je nachdem, wo Sie dann welchen Weg Sie einschlagen, da kommen Sie ja nie wieder hin. Das heißt, pro Testfall können Sie nur einen dieser Alternativen nehmen. Und da wir zwei Alternativen haben bei dem If, brauchen wir zwei Testfälle. Jetzt machen wir einfach mal Wiederverwendung, denn ich nehme einfach den Testfall für die Anweisungsüberdeckung. Den kennen Sie ja schon. Das ist dieser hier. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Der ging von 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, zur 10 in Body rein, dann wieder hier hin und dann raus. Das war sozusagen der, den Sie eben gesehen haben bei der Anweisungsüberdeckung. Jetzt, super, jetzt fehlt uns doch eigentlich nur diese andere Kante. Na ja gut, wunderbar. Da spare ich mir doch den ganzen Kram und mache das möglichst schnell. Das heißt, dieses hier nimmt jetzt einfach nur diese zweite Kante, die wir bisher nicht gemacht haben. Die zwischen 2, 3 und 8. Das Überspringen des Schleifenkörpers. Okay, wir gehen erst hier lang, dann gehen wir hier lang, dann gehen wir zur Schleife und von der Schleife gehen wir gleich weiter. Wir überspringen den Schleifenkörper. Der interessiert uns gar nicht. Da waren wir doch schon mal. Ich habe alle Kanten im Schleifenkörper schon mal gemacht. Ich habe auch alle Kanten in dem If-Körper schon mal gemacht. Und jetzt gehen wir wieder raus. Das ist sozusagen ein ganz simpler Testfall. Der rennt einfach nur, der überspringt quasi alles. Und damit deckt der die letzte Kante ab, die wir noch nicht haben. Dass es jetzt Kanten gibt, wie die zwischen 8 und 9, die jetzt doppelt gemacht wurden, ist völlig irrelevant. Sie brauchen zwei Testfälle. Mit diesen Testfällen haben Sie vollständige Entscheidungsüberdeckung, weil alle Kanten, die existieren in diesem Graphen, von Ihnen abgedeckt wurden. Kleines Fazit dazu. Ist ein stärkeres Kriterium als die Anweisungsüberdeckung. Sie haben schon gemerkt, man muss irgendwie mehr tun. Die Aussage ist größer. Berücksichtigt diese Verzweigung des Kontrollflusses. Und auch die Umgehung von Schleifenkörpern oder Alternativen und den Rücksprung zum Schleifenanfang. Genau. Die Ergebnisse dieser Entscheidungen sind unabhängig voneinander. Es ist keine Kombination der einzelnen Entscheidungen gefordert. Sie müssen also nicht versuchen, irgendwie in einem Durchlauf einmal links, einmal rechts lang zu laufen. Sondern es reicht, wie gesagt, wenn alle diese Zweige einmal abgedeckt wurden. Egal in welchem Testfall und wie. Also relativ easy. Einmal Kanten oder hier bei Entscheidungsüberdeckung, einmal Knoten für Anweisungsüberdeckung oder einmal hier bei Entscheidungsüberdeckung die Kanten ablaufen. Der Abschnitt Grenze Inneres Überdeckung ist ein bisschen anders. Wir hatten jetzt Anweisungs- und Entscheidungsüberdeckung. Grenze Inneres Überdeckung ist ein einzelnes Kriterium. Und zwar sagt es, nehmen Sie jede Schleife in Ihrer Funktion und diese Schleife durchlaufen Sie gar nicht einmal und mehr als einmal. Die Idee dahinter ist, letztendlich gibt es statistisch genau bei diesem Ding Fehler. Das ist diese Plus-Minus-Eins-Nummer. Das sind die kritischen Fälle. Wenn ich mehr als einmal das ausfühle, wird das auch für die restlichen Male klappen. Aber was ist, wenn es gar nicht ausgeführt werden soll? Stimmt das? Und was ist, wenn es wirklich nur einmal passieren soll? Also, Grenze Inneres Überdeckung heißt es. Und es ist eben ein Kriterium, was sich herausgestellt hat, als günstig fürs Testen. Es läuft wieder genau gleich. Sie berechnen Pfade durch den Kontrollflussgrafen. Also diese Sequenzen von Knoten, die Sie ausdrücken. Aber in einer Weise, dass, wie gesagt, die Schleife gar nicht oder genau einmal oder mehr als einmal durchlaufen wird. Das können Sie zum Beispiel mit drei Testfällen machen. Unter Umständen kann man die auch zusammenfassen. Wenn es außen noch eine äußere Schleife gibt, dann macht man da. Machen Sie das nicht. Sie können oft sehr komplizierte Testfälle bauen, die dann ganz viel erschlagen. Meine Empfehlung wäre, machen Sie möglichst einfache Testfälle und dafür mehr. Es tut nicht weh, aber es ist einfacher, das dann hinterher konkret umzusetzen. Weil am Ende haben Sie erstmal nur abstrakte Testfälle. Diese Wege möchte ich gehen durch den Code. Und dann müssen Sie sich überlegen, wie sind denn die Werte für meine Parameter, dass dieser Weg gegangen wird. Und je komplizierter diese Sachen sind, die Sie innen steuern wollen, desto schwieriger wird es, diese Werte zu finden. Insofern möglichst einfach reingehen, nur eine so eine Sache abhaken und gleich wieder raus. Das wäre meine Empfehlung. Überdeckungskriterien, müssen wir eigentlich nicht drüber reden, das ist die Anzahl der Schleifen, die es zu testen gibt. Und die Anzahl durch, also Sie nehmen die Anzahl der Schleifen, die Sie testen können, welche haben Sie vollständig getestet, und teilen sie durch die Anzahl der Gesamtschleifen und dann kriegen Sie das Überdeckungsmaß für die Grenze Inneres Überdeckung. Das ist das Grenze Inneres Überdeckungsmaß. Die Anzahl der Schleifen, die Sie testen wollen. Beispiel. Ich habe Ihnen die Schleife markiert. Es geht jetzt ja natürlich immer um diese Bedingungen. Die in Zeile 3 ist jetzt nicht interessant, die sind, glaube ich, von der letzten Folie noch rot. Es geht hier um die Bedingung R ungleich 0. Die muss einmal nicht stimmen, für keinen Durchlauf. Die muss einmal im ersten Durchlauf stimmen und im zweiten Durchlauf nicht. Und die muss einmal mehrmals stimmen und dann irgendwann nicht mehr. Natürlich, das mehrmals für mich ist zweimal durchlaufen. Ich mache doch nicht die Arbeit und laufe da hundertmal durch. Ist ja Unsinn. Mehrmals heißt natürlich für mich immer zweimal durchlaufen. Okay. Jetzt haben Sie unten hier, nicht so überraschend, drei Testfälle. Und zwar keinmal durchlaufen, einmal durchlaufen, zweimal durchlaufen. Und das sind die Pfade. Gehen wir doch die Pfade einmal durch. Der erste Pfad, den kennen Sie schon. Das war dieser zweite Testfall von der Entscheidungsüberdeckung. Nämlich, ich überspringe das If und überspringe die Schleife. So, das ist der hier. Und der sorgt dafür, dass die Schleife nicht angesprungen wird. Das ist also keinmal. Jetzt muss ich einmal. Naja, einmal, den kennen Sie schon. Das ist der erste Testfall oder der für die Anweisungsüberdeckung. Den haben Sie hier. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal durchgehen. Ist klar, das ist der, der einmal in die Schleife geht und danach terminiert. Was ist jetzt mit diesem da? Wir müssen zweimal durch die Schleife durch. Zweimal das machen. Und das steht hier. 1, 2, 3, zu 4, 7, zu 8, zu 9, zu 10, 13. Jetzt kommt der Durchlauf. 10, 13, zu 9. Wieder nach 10, 13. 10, 13, zu 9. Ups. 9 nach 14, 15. 10, ja. Also das, was Sie hier haben. 9, 10, 13, 9, 10, 13, 9. Das sind zwei Durchläufe durch die Schleife. Und das ist das, was dieses Kriterium fordert. Wir haben jetzt zweimal. Wir sind mehrmals durch die Schleife gelaufen. Wir sind einmal nicht durchgegangen gelaufen. Wir sind einmal durchgelaufen. Und wir sind zweimal durchgelaufen. Das ist also tatsächlich jetzt auch vollständige Grenze inneres Überdeckung. Wir haben eine Schleife. Wir haben die eine Schleife komplett. Fazit dazu. Dieses Kriterium ist nur auf Schleifen beschränkt. Offensichtlicherweise. Das heißt, es werden keine anderen Programmteile. Zum Beispiel IF wurde nicht getestet. Es macht also keinen Sinn als alleiniges Kriterium. Das benutzen Sie als ergänzendes Kriterium. Nehmen Sie zum Beispiel Entscheidungsüberdeckung und Grenze inneres Überdeckung. Da haben Sie schon mal so alle Pfade. Das schließt ja alle Anweisungen mit ein. Sie haben keine Pfade, die nicht an Anweisungen hängen. Das heißt, Entscheidungsüberdeckung vollständiger heißt auch alle Anweisungen. Und dann machen Sie noch Grenze inneres. Dann haben Sie die Schleifen nochmal so zusätzlich. Das ist super. Das heißt, es ist in der Praxis eigentlich nur ein ergänzendes Kriterium zu anderen Kriterien. Und kann auch einige Sachen nicht. Zum Beispiel diese fehlenden Anweisungen werden nicht erkannt. Das hat große Schwächen. Aber es kann diese Sache mit den Schleifen ziemlich gut. Dass also immer mehrere von diesen Überdeckungskriterien verwenden. Das letzte Überdeckungskriterium ist auch das stärkste. Die sogenannte Fahrtüberdeckung. Was ist Fahrtüberdeckung? Das ist die Forderung, dass alle Pfade, die im Kontrollflussgraf existieren, mindestens einmal ausgeführt werden. Hm, sagen Sie jetzt. Ja, ist doch kein Problem. Haben wir doch schon gemacht. Ne, 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 ne. Schleifen. Zyklische Kontrollflussgrafen. Das heißt, wenn Sie eine Schleife haben, einen Zyklus, irgendwo eine Schleife drin haben. Haben potenziell unendlich viele Pfade. Wild true. Das läuft einfach bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das heißt, üblicherweise können Sie Fahrtüberdeckung nicht machen, weil es eine unschätzbar große Anzahl von möglichen Pfaden gibt. Sie können gegebenenfalls etwas aus einer Spezifikation ableiten. Oder aus technischen Einschränkungen. Die Anzahl von Integern, die wir haben. Also, wie groß ist ein Integer? Wenn ich eine Vorschleife benutze, die Integer verwendet, dann kann das nicht größer werden, das i, als mein Integer. Also, mehr Schleifendurchläufe wird es nie geben. Oder Sie sehen etwas im Code, was sagt zum Beispiel, ach, sieh an, mein Feld ist immer 1000 Einträge groß und ich schleife jetzt über jeden Eintrag. Dann werde ich da nie mehr als 1000 machen. Würde ich trotzdem noch 1001 natürlich dazu nehmen. Aber, ähm, prinzipiell, das sind so Sachen, äh, als, als negativer Fall natürlich. Äh, das sind so Sachen, die Sie sich, die Sie benutzen. Können, um hier eine praktikable Lösung zu finden. Ansonsten ist es eher eine theoretische Sache. Also, die Frage, äh, wie viel Pfade gibt es? Überhaupt. Und das ist potenziell unendlich. Und dann nehmen Sie die Pfade, die Sie durchlaufen können und teilen Sie sie durch die Pfade, die es gibt. Und da kommt entweder, kriegen Sie da was? Haben Sie Glück? Oder Sie kriegen da ja nichts, weil das gegen Null läuft, weil Sie eben unendlich viele Pfade haben. Ja, also ein theoretisches Kriterium. Gucken wir uns trotzdem nochmal praktisch an. Praktisch heißt das also, ähm, ich hab wahnsinnig viele. Zum Beispiel fang ich an mit diesem üblichen Pfad, ähm, wo ich alles überspringe. Also, um diesen, um den da mitzunehmen, ne, unseren Liebling hier. Um den da mitzunehmen, nämlich mach ich erstmal den Testfall zweiten von der Entscheidungsüberdeckung. Dann mach ich den, den, unseren Standardtestfall, der sozusagen alles mitnimmt und die Schleife einmal durchläuft. Und dann muss ich die Schleife zweimal durchlaufen. Die Schleife dreimal durchlaufen. Die Schleife viermal durchlaufen. Fünfmal, sechsmal, siebenmal. Äh, äh. So oft, wie es überhaupt nur geht. Was haben wir hier? Wir benutzen für, äh, einen Int. Da müsste man uns überlegen, wie groß ist der Int und mindestens dann, ich weiß nicht, 32 Bit sozusagen Kombinationen durchlaufen oder so. Also, ähm, macht man praktisch nicht. Wäre aber die vollständige Pfadüberdeckung, wenn man darüber redet, vollständige Pfadüberdeckung, dann wäre es das. Das heißt, wenn Sie jemanden treffen, der sagt, naja, ich hab natürlich vollständige Pfadüberdeckung gemacht, ähm, dann lügt diese Person vermutlich. Fazit? Das Völlständige durchlaufen aller möglichen Ausführungsfahre ist in der Praxis nicht erreichbar. Es ist ein als theoretisches Vergleichsmaß, aber durchaus wichtig. Ja, und es gibt bestimmte Situationen, in denen Sie das tatsächlich erreichen können, wenn der Code ganz eingeschränkt ist. Wenn Sie nicht sowas drin haben, was Ihnen potenziell halt beliebig oft schleift. Okay, also eher so ein Kriterium, wie gesagt, das man kennen sollte. Das ist das Maximum, was man erreichen kann, aber praktisch sind die anderen Kriterien, die ich Ihnen vorgestellt habe und da besonders Entscheidungsüberdeckung und Grenzeinneresüberdeckung das vernünftigste. Jetzt kommt ein Abschnitt, bei dem wir uns Gedanken machen darüber, wie wir jetzt von unseren Graphen durch den Kontrollfluss Graphen, äh, unsere Pfade durch den Kontrollfluss Graphen, auf konkrete Testfälle kommen. Wir haben ja nur abstrakte Testfälle, das heißt, wir haben Pfade durch den Kontrollfluss Graphen nach unseren verschiedenen Kriterien entwickelt und wir müssten uns jetzt fragen, naja, damit dieser Pfad im Code tatsächlich gelaufen wird, welche Parameterbelegung für M und N, Martha Nordpol, also unsere Parameter, müssen wir denn vornehmen, damit dieser Pfad tatsächlich ausgeführt wird, damit der Code diesen Pfad läuft. Und, äh, das können Sie machen, indem Sie sich einfach mal ganz scharf die Anweisungen angucken, die den Kontrollfluss steuern, das heißt, die butschen Anweisungen in ihren Verzweigungen, in ihren Schleifen. Sie könnten theoretisch das zurückrechnen, naja, es gibt auch so Tools, die das so ein bisschen können, aber letztendlich, wenn Sie einfache Testfälle haben, ist es relativ simpel. Man muss mal ein bisschen probieren. Ich mach das durchaus auch mal mit dem Debugger. Also, ich guck mir an, ah, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt, wie oft geh ich jetzt da durch und so. Ähm, Sie werden schon sehen. Wir machen das jetzt einfach mal. Vorher möchte ich allerdings gerne wiederholen, was sind abstrakte und konkrete Testfälle? Das muss bei Ihnen sitzen. Abstrakte Testfälle sind die Idee, wie getestet wird. Wie teste ich eine bestimmte Sache? In unserem Fall hier ist es ein Pfad durch den Kontrollfluss Graphen. Das ist die Idee. Ich möchte diesen Pfad da lang gehen. Es ist technologieunabhängig. Ich, wir haben das nicht ausführen, wir lassen es nicht ausführen. Ich hab noch keine Werte gesagt. Ich sag noch nicht, was da genau passiert, sondern ich sag nur, hm, so möchte ich das machen. Konkrete Testfälle haben dann eine Wertebelegung für die Parameter und die könnte man ausführen. Die sind technologieabhängig. Die können jetzt diesen Code benutzen. Bei der Äquivalenzklassenbildung haben wir das so gemacht, dass die abstrakten Testfälle war eben diese Tabelle, wo sie die gültigen und ungültigen Äquivalenzklassen kombiniert haben. Dann wissen sie, ah, ich muss einmal mit der gültigen Äquivalenzklasse 1 und für den anderen Parameter mit der gültigen Äquivalenzklasse 2 oder so testen. Das ist die Idee. Und dann haben sie Stichproben aus diesen Äquivalenzklassen genommen und gesagt, okay, dann einmal mit 1 und einmal mit minus 1 oder so. Und das ist sozusagen der konkrete Testfall mit diesem erwarteten Ergebnis. Wie gesagt, hier ist es anders. Abstrakt sind Graphen, diese Sequenzen zwischen den geschweiften Klammern, die ich eben gezeigt habe. Das sind die abstrakten Testfälle. Und konkrete Testfälle, hm, da brauchen wir jetzt die Werte. Gut, wie sieht es hier aus? Scharf hingucken. Was interessiert uns? Und interessiert das hier und das hier. Und Sie sehen, eigentlich dreht sich das alles um drei Variablen. Die Variablen R, M und N. Und das schreibe ich einfach mal hier hin. Ich schreibe das mal groß, weil man ihn dann besser unterscheiden kann. R, M und N. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe das mal versucht. Also ich will erst mal in die erste, in den Körper, also sehen Sie auf der linken Seite, sehen Sie ja den Pfad, den ich darstellen will. Das ist unser Anweisungsüberdeckungspfad. Und ich möchte also einmal durch die Schleife und ich möchte den Fallunterscheidungskörper von dem If in Zeile 3 betreten. Das sind sozusagen die beiden Sachen. Das heißt, ich gucke mir das mal an. Naja, also N muss größer als M sein. Und dann brauche ich irgendwas, wo die Zeile 8, wo dieses R berechnet wird, wo das Ergebnis von Zeile 8 ungleich Null ist. Und im zweiten Durchlauf muss es Null sein. Und ich habe da ein bisschen rumprobiert und bin darauf gekommen, naja, was ist denn, wenn ich M auf 4 lege und N auf 6? Gucken wir uns das doch mal an. M ist 4, N ist 6. Dann gehen wir jetzt rein in die Methode. Okay, Marta 4, Nordpol 6, R. Wenn N größer M, ja 6 ist größer 4, klar. Dann Zeile 4, R wird zu M. Also im nächsten Durchlauf ist R4. Okay, M wird zu N, das ist okay, dann ist M 6. Und N wird zu R, okay, N wird 4. Das ist die Wertebelegung, die wir jetzt in Zeile 6 haben. Gut, dann gehen wir zu Zeile 7, zu Zeile 8. Ah, R wird neu berechnet. M Modulo N. M, wie viel passt sozusagen 4 in 6? Naja, passt einmal rein. Rest ist 2, das heißt, der Modulo ist 2. Das heißt, das Ergebnis von der Zeile 8 für R bedeutet 2. Diese beiden verändern sich dabei nicht, haben wir nicht neu zugewiesen. Also, Zeile 8, R ist 2. Zeile 9, ist R ungleich 0? Joa, ist ungleich 0. Wir können in die Schleife reingehen. Zeile 10, M ist gleich N, okay. M wird jetzt 4, N bleibt. N ist gleich R, N wird 2 und R ist Modulo M und N. Wie oft geht N 2 in 4? Ah, das geht zweimal rein, ist glatt. Das heißt, R ist jetzt 0. Der Rest ist 0. Aha, wunderbar. R ist 0. Wir gehen wieder zurück zu der Bedingung 9. Ist R ungleich 0? Nein, R ist nicht ungleich 0. Das ist false. Wir terminieren die Schleife. Wir gehen zum Return N. Was wird returned? N 2. So, und wenn wir jetzt hier hingucken, mein konkreter Testfall war, M ist 4, N ist 6 und das Ergebnis ist 2. Okay? Das müssen Sie, da müssen Sie scharf hingucken, mal einen Wert probieren und dann sich so klar machen, wie reagieren die Schleifen denn jetzt? Was passiert denn? Also, wie gesagt, da gibt es keine Möglichkeit, wie man sich das direkt ausrechnen kann. Ich kenne zumindest keine. Da würde ich an Ihrer Stelle, wie gesagt, ein Debugger, finde ich, ist eine ganz gute Sache, wenn man sowas macht. Man kann es halt auch einfach ausprobieren. Starten Sie mal mit irgendeinem Wert, gucken, was passiert. Wie gesagt, als erstes sehen Sie eh, ich muss ins if rein und ich muss dann auch in die Schleife rein. Also ich suche einen Wert, wo N größer M ist und das Ergebnis ist noch nicht 0. Und beim nächsten Durchlauf muss es aber 0 sein. Genau. Also, das kann man so ein bisschen spielen. Da kann man gucken, ob das klappt. In dem Fall habe ich Ihnen einen gegeben. Das wäre der konkrete Testfall. Der konkrete Testfall heißt, die Parameter M. Der Parameter M ist mit 4 belegt. Der Parameter N ist mit 6 belegt. Und ich erwarte als Ergebnis die 2. Und das wäre der Pfad, den ich hier auf der linken Seite als abstrakten Testfall Ihnen gezeigt habe. Okay. Wie sieht es mit der Entscheidungsüberdeckung aus? Also, den einen haben wir jetzt gemacht. Bei der Entscheidungsüberdeckung fehlt ja noch dieser zweite Testfall. Um die Entscheidungsüberdeckung zu machen, brauche ich alle Kanten. Das heißt, mir fehlt das Überspringen der if-Bedingung. Das heißt, ich suche etwas, wo sowohl die if-Bedingung nicht zutrifft, als auch das while nicht zutrifft. Und wenn ich da so ein bisschen hingucke, sehe ich, da wird bei der if-Bedingung geguckt, ob n größer m ist. Das heißt, wenn n kleiner oder gleich m ist, dann geht es nicht rein. Das heißt, das wollen wir. Dann wird der Körper der if-Entscheidung, der Alternative, wird übersprungen. Aha. Hm. N kleiner gleich m. So. Und wenn ich jetzt gucke, m modulo n. Das ist eigentlich nur der Fall, wenn das glatt aufgeht. Und es geht immer glatt auf, wenn die gleich sind. 4 geht glatt in 4. Und das nehmen wir einfach. Weil das sind gleiche Zahlen. Das heißt, die Bedingung in Zeile 3 ist verletzt. Weil n ist gleich m. Okay. Dann ist in Zeile 8, rechnet sich r zu 0 aus. Das heißt, in Zeile 9 wird nicht in die Schleife gegangen. Und das ist, was ich hier gemacht habe. Er sagt, konkreter Testfall heißt, m ist 4, n ist 4, größter gemeinsamer Teil, da ist die 4. Das ist super simpel. Das könnten Sie auch mit der 2 machen. Völlig egal. Weil, solange die Dinger gleich sind, wird exakt dieser Pfad gegangen immer. Abstrakter Testfall auf der linken Seite. Der Pfad durch den Graphen. Haben Sie auch nochmal hier aufgeschrieben immer. Konkreter Testfall. Die Parameterbelegung. In diesem Fall 4 für m, 4 für n. Erwarteter Wert ebenfalls 4. Das ist jetzt die Entscheidungsüberdeckung. Zusammen mit dem Testfall, den wir vorher hatten. Das mit dem 6 und 4 und 2 erwartet. Ich möchte gerne zusammenfassen an der Stelle. Wir haben über Kontrollflussgrafen geredet. Anweisungen stellen die Knoten ihres Kontrollflussgrafen dar. Und diese Anweisungen sind über gerichtete Kanten miteinander verbunden. Die Kanten sind die Entscheidungen, die von diesen Buhlschen Bedingungen beeinflusst werden. Das heißt, Alternativen, If-Statements oder Switches und alle Arten von Schleifen. Das sind die Anweisungen, die den Kontrollfluss steuern. Und die sorgen für die Struktur des Kontrollflussgrafen. In dem Kontrollflussgrafen müssen Sie darauf achten, dass in allen Knoten eben Zeilennummern drinstehen. Und Sie dürfen keine Zeilennummern vergessen. Jede Zeilennummer muss irgendeinem Knoten zugeordnet werden. Wir haben uns anschließend über Überdeckungsmaße unterhalten und haben vier Stück besprochen. Anweisungsüberdeckung, Entscheidungsüberdeckung, Grenzeinneresüberdeckung und Pfadüberdeckung. Die Berechnung war dabei immer gleich. Ein Überdeckungsmaß, da gucken Sie sich an, wie viel kann ich erreichen. Zum Beispiel Anzahl Schleifen kann ich testen oder Pfade oder Entscheidungen oder Anweisungen. Und dann gucken Sie, wie viel habe ich denn geschafft. Also wie viel kann ich theoretisch tun und wie viel habe ich geschafft davon. Und wenn Sie die Geschafften durch die theoretisch möglichen Teilen mal 100 nehmen, kommen Sie auf eine Prozentzahl. Und das ist die Zahl, diese Metrik, dieses Überdeckungs-, dieses Coverage-Criterium. Wir haben uns abschließend dann mit der Erstellung von konkreten Testfällen beschäftigt. Also erst abstrakt, wie laufe ich durch diesen Graphen durch, das sind meine abstrakten Testfälle. Und dann, naja, wie komme ich denn so auf Werte, die mir diese Graphen tatsächlich hervorrufen, ihre konkreten Testfälle. So, jetzt fordere ich Sie nochmal auf. Machen Sie den Arbeitsbogen. Üben Sie das nochmal. Das sollten Sie in jedem Fall ein-, zweimal machen. Sie können auch gerne sich einfach mal ein Stück Code raussuchen, dass Sie so zu Hause rumliegen haben und das selber mal machen. Und wie gesagt, in der Klausur kann ich Ihnen das stellen, genauso wie die Äquivalenzklassenbildung, könnte ich zum Beispiel ein Stück Code geben und sagen, machen Sie mir vollständige Entscheidungsüberdeckung mit konkreten Testfällen. Und dann müssten Sie wissen, was Sie zu tun haben. Insofern, wenn Ihnen das jetzt nicht klar ist, dann vielleicht nochmal zurück ein bisschen gucken, die Folie nochmal gucken. Können Sie auch ein bisschen googeln, das sind alles bekannte Themen. Und wir haben jetzt noch eine Variante, eine SU zu dem Thema, das ist der statische Test. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.